Moin Leute und Willkommen zu einer neuen Reaction, nämlich diesmal auf. Ich fake die größte Werbetafel Europas für Urizo. Er glaubt es. Nämlich gab es da schon mal ein erstes Video zu. Das Video ist nämlich von Bicep. Und das habe ich privat mir angeguckt. Und ich fand das krass. Dann habe ich die Reaction darauf gesehen gehabt von Urizo. Und scheinbar ist das doch alles fake gewesen oder so. Angeblich. Und dementsprechend schauen wir uns heute das zweite Video von Urizo an. Wir hatten uns mal einmal das Automatenvideo von Urizo angeguckt. Falls ihr das erste Video sehen wollt, dann schaut gerne mal in der Videobeschreibung. Beziehungsweise in der Infocard vorbei. Und da ist Bicep verlinkt. Falls ihr das erste Video schauen wollt. Ansonsten schauen wir uns jetzt nämlich zusammen, gemeinsam das zweite Video an. Jede Werbeleinwand dort im Video flackert, außer die mit Urizo. Da will uns jemand einen Bären aufbinden. Es würde sogar so weit gehen, man kann nicht erkennen, dass es von einer KI geschrieben ist. Also hätte ich das auf TikTok gesehen, dann hätte ich gar nicht geglaubt, dass das real ist. Ja, es ist wahr. Doch was war an dieser ganzen Aktion fest? Wir leben in einer Zeit, an der sich die Technik wirklich insane weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass wir Bilder nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Und viele Content Creator erstellen jetzt schon Content, warum künstliche Intelligenz für die nächsten Jahre für uns ein Problem sein könnte. Das ist die größte Gefahr der nächsten Jahre. Künstliche Intelligenz. Lügen werden als Fakten verkauft. Und das könnte wirklich gefährlich werden. Künstliche Intelligenz ist eine sehr, sehr große Gefahr. Selbst die Entwickler verstehen ihre eigenen Systeme teils nicht. Künstliche Intelligenz wird das Ende der Menschheit sein. Es ist ein Rass. Herzlich willkommen bei meinen... Ja, das war nicht auch komplett der Meinung. Ich kann euch kurz hier einen kleinen Ausschnitt zeigen, wo ich das auch nochmal gesagt habe. Es ist extrem krass, was man mit KIs heutzutage machen kann. Und vor allen Dingen habe ich eher auch die Sorge, dass somit das Risiko für Fake News nochmal steigen könnte. Weil man kann jeden Menschen einfach nehmen. Man könnte auch einfach ein Bild von mir jetzt nehmen und könnte einfach mich irgendeinen Song singen lassen. Und das würde bestimmt auch noch sich gut anhören. Ein riesiges Experiment, was komplett außer Kontrolle geraten ist. Was geht ab, bevor du jetzt erstmal den nächsten Hate-Kommentar schreibst mit, war diese ganze Aktion Fake? Hör erst mal kurz zu und lass mich das Ganze erklären. Das Video hat eine Message, die wirklich jeden erreichen sollte. Darum viel Spaß beim Video und hoffentlich überzeuge ich dich noch. Moinsen, was geht ab, du bist doch After Effects-Profi. Hast du Zeit für ein großes Projekt? Es geht um Fake erstellen, wir müssen super viele Verstecker einbauen, dass man das erkennen könnte. Und es geht um künstliche Intelligenz. Dann zaubern wir ein unglaublich krasses Video zusammen. Das Projekt hört sich mega geil an, das können wir auf jeden Fall umsetzen. Ich habe richtig Bock und schauen wir mal, was wird. Genauso haben wir es auch umgesetzt. Versteckte QR-Codes, ein Name der Faker gibt oder auch einfach mal die Anführungsbestand von Fake in der TikTok-Beschreibung. Ich frage mich bis heute, wieso das keiner gecheckt hat. Und in diesem Video versteckt, um das Ganze irgendwie anschaulich zu machen. Was nicht gecheckt? Oh. QR-Codes? Ein Name der Faker gibt oder auch... TikTok... Bio... Einfach mal die Anführungsbestand von Fake in der TikTok-Beschreibung. Ich frage mich bis heute, wieso das keiner gecheckt hat. Und in diesem Video versteckt, um das Ganze irgendwie anschaulich zu machen. Und das Ganze hätte wirklich jeder von euch sehen können im Hauptvideo. Das waren aber definitiv noch nicht alle Hinweise. Die werden aber in diesem Video erklärt. Lass uns loslegen. Doch ich habe euch noch gar nicht erklärt, was war mein Plan im letzten Video. Das hier ist also logischerweise gerade der Part 2 vom ganzen Video. Guckt euch Part 1 an. Ist oben rechts gerade verlinkt. In der letzten Zeit, wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen, wie krass KI mittlerweile einfach spürt ist. Ihr kennt sicherlich dieses von der KI erstellte Bild von Papst, wo er diese Jacke an hat. Doch mittlerweile benutzen Politiker einfach KIs und Propaganda zu erstellen. Simpli Zissimus hat wirklich ein unglaublich gutes Video darüber gemacht. Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wollte einfach mal mit diesem Fake-Rezo-Clip zeigen, wie einfach es ist, ein Fake zu erstellen. Wie einfach es ist, mit künstlicher Intelligenz das Ganze glaubhaft zu verpacken. Und so begann es, dass wir Rezo versucht haben, auf die größte Werbefläche Europas drauf zu prägen. Heute machen wir Editing-Geschichte, weißt du, oder? Wir werden jetzt gleich was Cooles schneiden, ein bisschen was animieren, ein bisschen was reintracken. Schauen wir mal, was wird. Hey, ich bin Flemming und ich schneide, animiere und filme Videos für einen Influencer, aber auch für verschiedene Male. Wir haben uns das ganze Fotoch reingelegt ins Projekt und wir versuchen jetzt mal, das Ganze hier zu tracken. Wie lange sagst du, brauchst du? Ich denke mal, ich habe dann so eine erste Version in so zwei, drei Tagen fertig, dass wir uns mal angucken können und dann rechnen können, wie wir weitermachen. Abfahrt. Also das schlimmste Worst-Case-Szenario, was jetzt passieren könnte, wäre natürlich, wenn das Footage jetzt so richtig schlimm wäre, dass man es gar nicht tracken kann. Und was ein weiteres Problem sein könnte, ist, wenn das Footage sehr schlecht belichtet ist, dass es sehr schwer dann ist, etwas Neues in den Screen reinzumachen und dass es dann einfach nicht realistisch aussieht. Währenddessen jetzt also Flemming weiter am Edit sind, musste ich mich darum kümmern, dass das Hauptvideo so realistisch wie möglich aussieht. Und ich kann euch jetzt im Nachhinein sagen, der Bankanruf war nie echt. Würdest du dich prinzipiell als Bankkaufmann verkaufen? Ich kann mich bestimmt wunderbar als Bankkaufmann verkaufen. Die Stimme wird halt komplett verzerrt. Du wirkst halt einfach wie so ein alter Brotzlöffel. Okay, okay. Ich habe zwar die Hälfte schon wieder vergessen, aber wie heißt eure Sparkasse? Sag dir mal, einen wunderschönen guten Tag Sparkasse Köln hier. Wie kann ich Ihnen weiterhören? War nicht schlecht. Ich fühle mich ein bisschen dumm gerade einfach, weil das komplette Video einfach gefakt ist gerade. Ja. Glaubst du, die Leute checken das schon beim Bankkaufmann, dass das jetzt nicht gerade serious aussieht oder glaubst du, das könnte funktionieren? Ja, 100%. Ich habe so seriös geredet, ich bin nicht ein Möse. So gespannt, ob die Leute das glauben, ohne Witz. Logischerweise musste der ganze Mailverkehr in diesem Video auch gefakt werden, aber natürlich war das in diesem Video auch wieder mit ChatGBT umgesetzt. Das wird wahrscheinlich die bekannteste KI sein, die ihr auch alle kennt, aber man darf sie nicht vergessen. Ich habe ihr ganz einfach alle Informationen gegeben, die sie in die Mail verfassen soll. Und wie ihr seht, ich hatte die perfekten Mails, wo wirklich keiner gedacht hat, dass es irgendwie fake sein könnte. Ich habe die ganzen Mails nochmal durchgelesen. Ich kann sogar mein YouTube-Model bzw. das Programm, was das trackt, mit ChatGBT verlinken. Ich weiß nicht, was das dann genau macht, aber ich kann das Ganze verlinken. Und ich muss wirklich sagen, die Mails wirken wirklich echt. Es würde sogar so weit gehen, man kann nicht erkennen, dass es von der KI geschrieben ist. Es könnte wirklich irgendwer sein, der nur noch die Mails schreibt und sie mir zuschickt. Doch es ging genauso weiter mit der Preiskarte und dort gab es einen großen Tipp, wo man hätte erkennen können, dass das Ganze nicht ganz echt ist. Ich fasse es kurz und knackig zusammen. Die ganze Preiskarte war komplett frei erfunden und diese Preise sind bis heute nicht echt. Ich habe zwar für dieses Video Landstack angefreicht, aber natürlich habe ich keine Antwort bekommen. In der Preiskarte war aber wirklich ein wichtiger Hinweis versteckt, den wirklich wieder jeder sehen konnte. Wenn man zum Beispiel unten rechts mal diesen QR-Code scannt, zu Kontakt hast, wird man auf einer Website landen, die alles wieder auflöst. Wahrscheinlich, wenn jetzt wieder viele sagen, okay, guck mal diesen QR-Code an, der ist viel zu klein. Ja, habe ich auch gedacht, darum habe ich fünf Sekunden später noch einen riesigen QR-Code oben links in der Ecke eingeblendet, um das Ganze irgendwie noch aufzulösen. Doch wie weit war Flemmer jetzt nach einer Woche mit Rezos Fake Video? Wir haben halt diesen Shot, wir wollen ihn hier oben replacen, wozu das Storyboard so aussieht. Wie ich mit dem Projekt angefangen habe, ist, wir haben das ganze Footage angefangen zu tracken. Das hat mit After Effects auch so semi gut funktioniert. Malerweise würde ich das erstmal anfangen, After Effects zu tracken, aber der Tracker macht mal wieder nur Probleme. Deswegen gehen wir rüber in ein anderes Programm, in Mokka und dann sind wir in Mokka gegangen und damit hat das deutlich besser auch funktioniert. Wenn wir uns das hier mal angucken, die lila Fläche hier ist im Prinzip genau da, wo sie sein sollte. Sie bleibt die ganze Zeit dort stehen. Also ihr könnt euch dann vorstellen, im Prinzip, das hier wird im Prinzip ersetzt durch diese Animation halt. Die erste Version habe ich jetzt Kieran einfach mal rüber geschickt. Dann gehe ich jetzt auch mal eine kleine Runde schlafen. Neuer Tag, neues Glück, ich habe Kieran ja die Version rüber geschickt und er hat mir gerade eine Sprachneurricht geschickt. Und die wollen wir mal uns anhören. Jo, was geht ab? Ganz kurze, einfache Sache. Es sieht unglaublich geil aus. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich finde nur diese Streifen, die auf der Kamera sind oder auf diesem Display sind noch ein bisschen zu viel. Also ich finde, man erkennt, dass es noch nicht echt ist. Das wäre sehr, sehr geil, wenn das noch irgendwie verändert werden könnte. Also ja, Kieran hat recht. Diese Streifen, die sind halt noch nicht perfekt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen rumprobieren. Dann schauen wir mal, schauen wir mal, was wird. Time Elapse Action. Wir kommen jetzt zum Hauptproblem und das war, dass iPhone Footage in einer anderen Framerate gefilmt worden ist, als die Werbung auf dem Piccadilly Circus. Und deshalb hat man Flackern auf der echten Werbung beim Piccadilly Circus. Und wie habe ich dieses Problem gelöst? Weißen Hintergrund gemacht habe. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, was ist, wenn du das Ganze einfach mit schwarzen Hintergrund machst? Dann sieht man diese TV-Bars eh nicht so doll. Und dann habe ich diese ganze Animation nochmal geändert, damit sie auch auf den schwarzen Hintergrund passt. Und so ist das Ergebnis um einiges besser. Das Tracking ist noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ansonsten bin ich eigentlich schon mal ganz happy. Und letztendlich ist das Edit nach einer Woche fertig geworden und so sieht es aus. Aber jetzt muss erst mal ein Video weitergehen. Die ganze Bahnhofsszene ist nämlich auch nicht echt. Ihr kennt alle sicherlich die Situation, wie ich hoch motiviert aus dieser Bahn laufe. Abgesehen, dass ich nie nach London geflogen bin, musste ich vorher erst mal was an die Wand hängen. Und da kommen wir wieder auf den QR-Code zu sprechen. Das ist soweit. Der zweite Teil von dem Video beginnt. Es geht jetzt gerade darum, dass wir den QR-Code einfach aufhängen, um sozusagen eine Chance zu lassen, dass die Leute das erkennen können. Denn wenn man diesen QR-Code scannt, geht es auf eine extra angefertigte Seite. Herzlichen Glück und du hast es geschafft, das Rätsel zu lösen. Ein ganz großer Text, steht super viel darauf, dass du es rausgefunden hast. Und das wird jetzt komplett gemacht. Krass, die QR-Code sind mir alle gerne hier unten gefallen. Ob die Leute das checken. Glaubst du, die checken es? Unser erstes DKW passiert. Es ist soweit. Es geht heute nach London. Es geht heute Abend wieder zurück. Und das wird diese dumme Werbung-Aktion. Hätte mir das irgendwer vor zwei Wochen gesagt, ich hätte es Ihnen nicht glaubt. Aber es ist heute soweit. Lass uns starten. Tatsächlich habe ich hier einen der wichtigsten Hinweise versteckt. Doch wenn man jetzt genau an der richtigen Stelle stoppt und den QR-Code scannt, kommt man auf diese wunderschöne Seite. Falls es euch interessiert, wie die Website aussieht, die ist in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Ihr könnt da drauf gehen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, das Rätsel zu lösen. In meinem Werbeplakat-Video gab es viele Hinweise darauf, dass es nicht echt war. Ein aufmerksamer Zuschauer wie du hat diese Szene erkannt. Und ich bin stolz auf dich. Doch wer ist überhaupt für diese Website verantwortlich? Ich bin Valentin. Ich bin 18 Jahre alt und programmiere seit knapp sechs Jahren. Grundsätzlich finde ich solche Aktionen immer ganz nice. Gerade wenn dahinter nochmal so ein Lerneffekt ist, sage ich jetzt mal, stachelt es einen noch mehr an, da mitzumachen. Und das macht es auf jeden Fall dann nochmal einen Ticken interessanter. Wirklich programmiert habe ich nicht länger als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an dem Projekt. Die meiste Arbeit fließt tatsächlich in die Vorbereitung oder über das Überlegen. Und dann konntet ihr die Website anschauen. Ein großes Dankeschön also nochmal an Valentin, der das Ganze in wenigen Stunden programmiert hat. Doch der ganze QR-Code war an noch mehr Stellen versteckt, die ihr noch im Video sehen werdet. Ich lese vor, Minute 1,38. Dort wollte ich einfach nur als Witz einen heutigen Partner für die Folge vorstellen. Aber wenn ihr mal oben links hinguckt, dort ist ein QR-Code. Den hätte man ausgängen können. Und dann hätte die auch die Lösung gehabt. Minute 3,25. Die legendäre Mail. Ich habe es eben schon erklärt. Dort hättet ihr es unten links erkennen können und oben links erkennen können. Eine ganz einfache Sache. Doch es ging weiter. Denn man konnte auf den TikTok-Account einiges noch erkennen. Abgesehen, dass ihr alle gedacht habt, dass Marvin für diese Aktion irgendwie verantwortlich wäre, gab es noch einige Verstecke mehr. Doch vielleicht lassen wir es einfach mal von Marvin erklären. Vor ein paar Tagen wurde ich dann doch häufiger unter diesem TikTok-Video markiert. Weil viele dachten, dass ich dahinter stecke. Und dann habe ich gedacht, okay, schaue ich mir das mal ganz in Ruhe an. Mir ist dann auch aufgefallen, dass irgendwie jede Werbeleinwand dort im Video flackert. Außer die mit Rezo. Und dann war für mich relativ schnell klar, da will uns jemand einen Bären aufbinden. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat dieses Video im Nachhinein da rein retuschiert. Wahrscheinlich in sehr aufwendiger Kleinstarbeit, damit das wirklich Frame für Frame passt. Plus der TikTok-Account hatte glaube ich auch so einen komischen Namen, der auf Latein reinlegen oder Streich heißt. Das ist mir dann relativ schnell aufgefallen. Im Nachhinein war es mir irgendwie schon klar, dass es Marvin erkennen wird. Doch Marvin hat auch nicht alles erkannt. Wenn ihr zum Beispiel auf den TikTok-Account einfach mal in die Beschreibung guckt, seht ihr diese schönen Wörter. Heigeistig, authentisch, kreativ und engagiert. Und wenn man die Anfangsbuchstaben einfach mal zusammenschreibt, kommen wir wieder auf das wunderschöne Wort Fake. Letztendlich hieß es für mich, das ganze Fake-Video hochladen. Gucken, wie ihr drauf reagiert habt. Wie ihr drauf reagiert habt, war unglaublich. Nach durchgearbeitet für das ganze Video, aber es ist gerade online gekommen. Und bis jetzt sind es die ersten 25 Minuten. Und ich muss sagen, momentan kaufen es alle ab. 300 Aufrufe nach 26 Minuten. Und ich lese Kommentare wie, du bist eine Legende. Eines Video. Die Leute gucken nicht ganz genau hin. Mal gucken, wie sich das Ganze in den nächsten Stunden entwickelt, aber für mich gerade schon ein kleines Ergebnis, was ich mir schon gedacht habe. Was für mich aber die größte Herausforderung war, kann es Rezo selber erkennen, dass das ganze Fake ist. Und wer Rezo wegen euch so viele Nachrichten bekommen hat, hat er im Stream darauf reagiert. Und darum wollen wir jetzt mal sehen, erkennt er, dass das ganze Fake ist. Ich habe die größte Werbetafel Europas für Rezo gekauft. Es ist so verdammt geil und ich hoffe, er checkt nicht, dass das ganze Fake ist. Okay, Alter, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Heute nach London. Es geht heute Abend wieder zurück. Okay, wir sind am ersten QR-Code. Ich dachte, diese dumme Werbeaktion. Hätte ich mir das irgendwann vor zwei Wochen gesagt, hätte es mir nicht gelaufen. Aber es ist heute so weit. Lass uns starten. Erster QR-Code hat er nicht gecheckt. Video. Deswegen präsentiere ich euch Ray Shadow. Hier ist der zweite QR-Code, Ray Shadow Legend. Für dieses Video habe ich keinen Partner. Das könnte gerade eure Werbezeit sein. Zweiter QR-Code, auch verkackt. Geht zum dritten QR-Code, die Preiskarte. Ich bin gespannt. Einfach 20.000 Euro gezahlt. Digga, wer geht mir für so viel Geld aus? Okay, guck mal Cola. Aber wer aufs Haus. Aber er guckt nicht mal drauf. Jetzt muss er nur noch den Piccadilly-Service glauben. Und dann hat er fast alle Fakes nicht gesehen. Das sieht so verdammt nice aus. Da ist es. Und das? Das ist ein Viertel von der gesamten Fläche hier, oder? Der Glauben ist komplett. Auf jeden Fall hat er sich sehr viel Mühe gemacht für das Video. Er schluckt die komplette Pille. Er hat es komplett geglaubt. Ich finde, das steckt so viel Mühe in diesem Video. Danke für die lieben Worte. Aber diese zwei Monate lang intensives Arbeiten haben sich komplett dafür jetzt gelohnt. Genau das wollte ich nämlich erreichen. Ich habe es wirklich geschafft, dieses Video mit KI so glaubhaft zu machen, dass es sogar Rezo glaubt. Und ich glaube, damit ist die Message komplett logisch. Ich finde es auf jeden Fall eine witzige Nummer. Und finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man die Leute immer dazu animiert, alles zu hinterfragen. Gerade im Internet werden sehr einfach sehr viele Gerüchte gestreut. Und wenn es jetzt so eine harmlose Nummer ist, wie die größte Werbefläche Europas für Rezo, dann finde ich, das ist ein gutes Experiment, um den Leuten einfach mal den Spiegel vorzuzeigen, dass sie nicht alles glauben sollten, was im Internet stattfindet. Und für mich als alten Hasen war es leicht gefundenes Fressen. Entsprechend in Zukunft nochmal ein bisschen mehr Mühe geben, lieber Weißler. Deswegen nochmal für euch, unterschätzt nicht künstliche Intelligenz. Vielleicht schreibt sie sogar gerade in diesem Moment das Skript von Video. Im Nachhinein, danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Abonniert diesen Kanal. Diese Projekte sind unglaublich teuer. Ich bin hier gerade in einem Studio, was glaube ich sehr, sehr viel Geld kostet. In zwei Wochen kommt ein Video, wie ich Antons Wohnung komplett leergeräumt habe, um dort eine Kunstgalerie zu erstellen. Also checkt das Ganze ab, abonniert diesen Kanal und guckt alle Videos gerade, die hier angezeigt werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Da ist einerseits das erste Video. Und da ist das, was wir uns schon mal angeguckt haben. Fertig, erste. Erste Dings, fertig. Oh nein. Okay, wir sind gef***t. Er hat einfach die Flasche umgekippt. Ich habe mir die ganze Zeit über das ganze Video so gedacht, jetzt kippt doch safe gleich die Flasche um. Jetzt kippt gleich die Flasche um. Ja, zum Ende. Gut. Wie ihr seht, haben wir hier drei Leute, die auch euch relativ bekannt vorkommen. Und zwar nämlich den Leitmotiv. Darauf reagieren wir in der nächsten Folge. Oh, aktualisiert auf Reddit. Ähm, lol, okay, ähm, ja, es sind Sachen dazugekommen. Stuhl-TV, Gronx, Stuhl-TV und Friendly Fire sind da hinzugekommen. Hält's ab. Ähm, okay, ja, also was ich gerade zeigen wollte eigentlich, hier gibt es sogar ein Leitmotiv-Lore. So, und auf Leitmotiv reagieren wir dann in der nächsten Folge. Aber vorher könnt ihr gerne noch ein Abo und ein Like da lassen, um das nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, Leute.